Kapitel 30 Es begann mit einem Gewitter. Anduin hatte sich an die regelmäßigen und nicht selten wilden Regenstürme in Theramore gewöhnt, doch bei diesen ging ihm der Donner durch Mark und Bein und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Immer wieder erhellten Blitze den Raum, erneut krachte der Donner und der Regen prasselte so hart gegen das Fenster, dass er glaubte, die Tropfen würden es zerschmettern. Er stand auf und schaute nach draußen. Oder versuchte es zumindest. Der Regen lief in so dichten Strömen am Fenster hinab, dass er unmöglich etwas erkennen konnte. Stimmen wurden im Gang laut. Er runzelte kurz die Stirn, warf sich etwas über und streckte seinen Kopf zur Tür hinaus, um herauszufinden, was geschehen war. Jaina lief an ihm vorbei. Auch sie war offensichtlich gerade erst aufgewacht und hatte sich hastig etwas übergeworfen. Ihr Blick war klar, ihr Haar jedoch noch ungekämmt. Tante Jaina, was ist los? Eine Überschwemmung, antwortete sie kurz angebunden. Für eine Sekunde fühlte sich Anduin in die Zeit des Feldsturzes in Dunmorrock zurückversetzt, als ebenfalls wütende, verstörte Elemente ihren Zorn an Unschuldigen ausgelassen hatten. Er ins Gesicht fiel ihm ein, aber er wischte die Erinnerung daran sofort beiseite. Ich komme! Jaina setzte bereits zu einem Protest an, lächelte dann jedoch nur besorgt und nickte. In Ordnung. Rasch zog er seine Stiefel an, griff sich seinen Umhang und schon rannte er in Begleitung von Jaina und mehreren Dienern und Wachen nach draußen. Der peitschende Regen und der tosende Wind rissen ihn beinahe von den Füßen. Das Wasser schien von der Seite, statt von oben zu kommen, und raubte ihm für einen Moment den Atem. Auch Jaina hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Wie Betrunkene taumelten sie vorwärts. Anduin wusste, dass Vollmond war, doch die schweren Wolken schluckten das Licht, das der Mond ihnen hätte spenden können. Die Wachen trugen Laternen, die nur wenig gegen die Finsternis ausrichteten. Eine Fackel wäre bei diesem sinnflutartigen Regen keine Hilfe gewesen. Anduin zuckte zusammen, als seine Füße bis zu den Knöcheln im Wasser versanken. Sobald sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er, dass die ganze Umgebung mit Wasser bedeckt war. Es war nicht tief. Noch nicht. Im Gasthaus und in der Mitte brannten Lichter, und die Rufe waren wegen des Regens und des ständigen Donners kaum zu hören. Das Gasthaus lag auf einem Hügel, doch die Mühle stand bereits mehrere Zentimeter tief im Wasser. »Leutnant Aiden«, schrie Jaina, ein berittener Soldat riss sein Pferd herum und ritt auf sie zu. »Wir öffnen die Tore der Zitadelle für jeden, der Zuflucht sucht. Bringt sie hinein!« »Ei, my Lady«, rief Aiden zurück. Er zerrte an den Zügeln und ritt unverzüglich in Richtung Mühle. Jaina hob die Hand zum Himmel. Anduin konnte nicht hören, was sie sagte. Einen Herzschlag später fuhr er verschreckt zusammen, als das Bild eines riesigen Drachenkopfes neben ihr erschien. Das Untier öffnete sein Maul und stieß eine riesige Flamme aus, die über das Wasser fuhr und es zum größten Teil verdampfen ließ. Sofort strömte Wasser nach, doch der Drachenkopf schien unermüdlich zu sein. Er spie unablässig Feuer und Jaina nickte zufrieden. »Zu den Docks«, rief sie Anduin zu. Mutig rannte er so schnell er konnte durch das Wasser, das immer tiefer wurde, da der Boden sich absenkte. Ihm bot sich ein Anblick, der unter normalen Umständen komisch gewesen wäre, nun aber Ausdruck des Chaos war, das um sie herum herrschte. Alle Greifen waren ausgeflogen und hatten sich auf den verschiedenen Gebäuden niedergelassen. Ihr Gefieder war völlig durchnässt, und sie krächzten aufsässig und blickten auf ihre Flugmeister herunter, die bettelten und fluchten. »Bitte, komm runter, nun mach schon, du dämliches Vieh!« Das Wasser reichte Anduin jetzt bis an die Knie, aber er, Jaina und die Wachen kämpften sich weiter entschlossen voran. Die Leute hatten sich ebenso wie die Greifen auf den am höchsten gelegenen Punkt geflüchtet. Dieser bot ihnen zwar Schutz vor dem ansteigenden Wasser, doch immer wieder zockten Blitze über den Himmel und was den Leuten anfänglich als gute Idee erschienen war, stellte sich nun als gefährlich heraus, da sie leicht von einem Blitz erschlagen werden konnten. Anduin und die Wachen halfen einigen erschreckten Händlern und ihren Familien, ihm wieder nach unten zu klettern und sich so in Sicherheit zu bringen. Anduin zitterte, sein Umhang und seine Stiefel waren völlig durchnässt. Das Wasser war eisig kalt und er konnte seine Füße nicht mehr spüren. Dennoch machte er weiter. Menschen waren in Gefahr und er musste ihnen helfen. Er hatte gerade ein weinendes kleines Mädchen hochgehoben, als ein weiterer Blitz die Nacht erhellte. Als die Kleine sich an ihn klammerte, schaute er über ihre Schulter und bemerkte ein weißes, gezacktes Flacken in der Nähe des Piers. Ein ohrenbetäubender Donner folgte unmittelbar darauf, begleitet von den entsetzten Schreien einiger Menschen und dem Krachen berstenden Holzes. Zwei Schiffe, die an dem Pier verteut waren, schaukelten wild im Wasser und wirbelten herum, als hätte ein wütender Riese sie geschubst. Das Mädchen kreischte und umklammerte seinen Hals so fest, als ob es ihn erwürgen wollte. Ein weiterer Blitz raste über den Himmel und Anduin hatte den Eindruck, als näherte sich eine riesige Welle den Docks. Er blinzelte und versuchte, sich den Regen aus den Augen zu wischen, der noch immer unablässig vom Himmel strömte und ihm über das Gesicht lief. Was er nun sah, konnte unmöglich wahr sein. Ein weiterer Blitz erhellte die Umgebung und die merkwürdige Welle war verschwunden. Ebenso wie die Docks von Theramore und die beiden Schiffe. Er hatte sich nicht geirrt. Der Blitz hatte den Großteil der Docks zerschmettert und die wütenden Wassermassen des Ozeans hatten den Rest besorgt. Trotz des prasselnden Regens hatte er das Gefühl, irgendwo Feuer gesehen zu haben. Jaina packte ihn an der Schulter und brüllte ihm ins Ohr. Bring sie zurück in die Zitadelle! Anduin nickte und spiel das Regenwasser aus, das ihm in den Mund gelaufen war. Ich komme dann gleich wieder zurück. Nein, das ist zu gefährlich! Jaina brüllte aus Leibeskräften gegen den Sturm an. Wut und Enttäuschung machten sich plötzlich in Anduin breit. Er war kein Kind mehr. Er hatte starke Arme und einen kühlen Kopf. Verdammt, er konnte helfen! Doch er wusste auch, dass Jaina recht hatte. Er war der Erbe des Throns von Sturmwind und durfte sich nicht unnötig in Gefahr bringen. Einen Fluch murmelnd wandte er sich um und wartete durch das eiskalte Wasser. Er zitterte nicht mehr, als er bei der Zitadelle eintraf, wo einige Diener die Opfer der Überschwemmung mit trockenen Tüchern versorgten und ihnen heißen Tee und etwas zu essen anboten. Anduin übergab das Mädchen behutsam einer alten Frau, die sofort herbeigeeilt war, als sie ihn bemerkt hatte. Er wusste, dass er völlig durchnässt war und seine Kleidung wechseln musste, doch er konnte sich nicht dazu durchringen. Einer von Jennas Helfern blickte auf und sah ihn stirnrunzelnd an. Anduin starrte dumpf vor sich hin. Er war bis auf die Knochen durchgefroren. In einem fernen Teil seines Geistes erkannte er, dass er möglicherweise einen Schock erlitten hatte. »Ich wünschte, ich hätte Furchtbrecher bei mir«, murmelte er. Den Diener, der ihn in einen Nebenraum führte, ihm aus der nassen Kleidung half und ihm ein viel zu großes Hemd und eine Hose zuwarf, nahm er kaum wahr. Bevor er mitbekam, was mit ihm geschah, war er in ein grobes, aber warmes Tuch gehüllt und saß mit einem Becher heißen Tees in der Hand vor dem Feuer. Der Diener verschwand. Es gab noch viele andere, die seine Hilfe brauchten. Wenige Augenblicke später zitterte Anduin wie Espenlaub und erst jetzt bemerkte er, dass ihm allmählich wieder warm wurde. Nach einiger Zeit fühlte er sich gestärkt und wieder ausreichend bei Kräften, um den Hilfebedürftigen beistehen zu können, die in die Zitadelle strömten. Er ging in sein Zimmer, wechselte seine Kleidung und kehrte zurück, um den anderen ebenso gut zu helfen, wie ihm geholfen worden war. Er sorgte für heiße Getränke und trockene Tücher und hängte die nassen Kleidungsstücke auf Laien, die eilig überall gespannt worden waren. Der Regen hörte nicht auf und das Wasser stieg immer weiter, trotz Janas Drachenkopf, der noch immer versucht ist, aufzuhalten. Jaina kämpfte bis zur völligen Erschöpfung, erneuerte den Zauber alle paar Minuten und half den Flüchtlingen, wo sie nur konnte. Immer mehr Leute suchten Zuflucht in der Burg und saßen in den zahlreichen Räumen dicht gedrängt auf dem hölzernen Boden. Schließlich nahm Anduin an, dass sich in der Burg, in den Quartieren, der Wachen und in dem Gasthof alle Bewohner Theramoth versammelt hatten. Gegen Ende des zweiten Tages gestattete Jaina sich eine Pause. Sie setzte sich hin, aß und trank etwas. Mehrfach hatte sie ihre eigene Kleidung gewechselt, doch auch das, was sie jetzt am Leib trug, war bereits wieder klatschnass. Anduin holte ihr einen Stuhl, stellte ihn in ihrem kleinen gemütlichen Zimmer nah ans Feuer und brachte ihr etwas heißen Tee. Jaina zitterte so stark, dass die Tasse auf der Untertasse hin- und herrutschte, während sie ihn aus Blut unterlaufenen, erschöpften Augen ansah. Du solltest nach Hause zurückkehren. Wir wissen nicht, wann das Wasser wieder abfließt, und ich kann nicht mehr für deine Sicherheit garantieren. Anduin wirkte unglücklich. Ich kann den Leuten hier helfen, sagte er. Ich tue nichts Unüberlegtes, Jaina, das weißt du doch. Sie streckte die Hand nach ihm aus, als wollte sie ihm durch sein blondes Haar fahren, schien jedoch selbst dafür zu schwach zu sein. Ihre Hand fiel schlaff auf ihren Schoß zurück, und sie seufzte. Es ist ja nicht so, dass du gleich deinem Vater begegnen wirst, murmelte sie und trank einen Schluck Tee. Was meinst du damit? Jaina erstarrte mitten in der Bewegung, die Tasse auf halbem Weg zur Untertasse, und blickte Anduin an. Sie schien verzweifelt nach einer Lüge zu suchen, doch offensichtlich war sie zu erschöpft, um auf die Schnelle etwas zu finden. Was ist mit meinem Vater? Wo ist er? Und dann wusste er es. Er starrte sie erschreckt an. Er wird Eisenschmiede angreifen, oder? Anduin, begann Jaina. Moira ist eine Tyrannin, sie. Moira? Ach, komm, Tante Jaina, sag mir bitte, was er vorhat. Jaina Stimme zitterte von Müdigkeit und war voller Resignation, als sie ihm seine schlimmsten Befürchtungen bestätigte. Varian reitet mit einer Elite-Truppe nach Eisenschmiede. Sie wollen Moira töten und die Stadt befreien. Anduin konnte nicht glauben, was er da hörte. Wie wollen sie in die Stadt kommen? Durch den Tunnel der Tiefenbahn. Man wird sie erwischen. Jaina rieb sich die Augen. Anduin, wir reden über S-17-Kämpfe, die lassen sich nicht erwischen. Anduin schüttelte langsam den Kopf. Nein, das werden sie wohl tatsächlich nicht. Du hast recht. Ich muss Theramore verlassen. Jaina runzelte die Stirn und die kleine Falte trat wegen ihrer Erschöpfung deutlicher hervor als sonst. Nein, du gehst nicht nach Eisenschmiede. Er knurrte beinahe vor Verzweiflung. Jaina, hör mir zu, bitte. Du warst immer vernünftig und jetzt musst du auch vernünftig sein. Moira hat üble Dinge getan, die Stadt abgeriegelt, unschuldige Leute ins Gefängnis gesteckt. Aber sie hat König Magni nicht getötet und sie ist seine Tochter. Sie ist die rechtmäßige Erbin und nach ihr wird ihr Sohn den Thron übernehmen. Einiges von dem, was sie vorhat, finde ich sogar richtig. Nur versucht sie es leider auf die falsche Art zu erreichen. Anduin. Sie hält eine ganze Stadt, Eisenschmiede. Die Hauptstadt der Zwerge. Als Geisel. Weil sie die Bronzebarzwerge noch nicht kennt, ihnen nicht vertraut. Jaina in manchen Dingen ist sie ein ängstliches kleines Mädchen, das die Liebe ihres Vaters vermisst. Ängstliche kleine Mädchen, die über Städte herrschen, können gefährliche Dinge tun und sie müssen aufgehalten werden. Indem sie getötet werden? Sollte man Moira nicht besser an die Hand nehmen und anleiten? Sie wünscht sich, dass die Bronzebarzwerge die Dunkeleisenzwerge als ihre Brüder annehmen, die sie ja auch sind. Sollte man sie dafür ermorden? Und möglicherweise auch ihr Kind? Hör mir zu, Jaina. Bitte. Wenn Vater sie angreift, werden viele Leute sterben und die Erbfolge der Zwerge wird unterbrochen. Statt sich zu einem Volk zusammenzufinden, werden die Zwerge in einen neuen Bürgerkrieg geführt. Ich habe versucht, meinen Vater aufzuhalten. Siehst du das denn nicht? Ich wollte, dass er einsieht, dass es einen anderen Weg gibt. Nein. Und nochmal nein. Du bist erst 13 Jahre alt, der Thronerbe und nur unzureichend auf deine zukünftige Aufgabe vorbereitet. Glaubst du, es wäre Sturmwind von Nutzen, wenn du getötet wirst? Sie atmete tief ein und dachte nach. Anduin schwieg. In Ordnung. Wenn du das unbedingt willst. Du könntest recht haben. Aber dann komme ich mit. Gib mir ein paar Stunden, um die Situation hier in den Griff zu bekommen. Er ist jetzt auf dem Weg. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, das weißt du. Ich kenne meinen Vater und du kennst ihn ebenso gut. Was immer auch geschehen wird, es wird schnell vonstatten gehen und ein böses Ende heraufbeschwören. Ich aber kann Leben retten. Lass es mich wenigstens versuchen. Jennas Augen füllten sich mit Tränen und sie wandte sich ab. Anduin drängte sie nicht weiter. Er vertraute ihr und wusste, dass sie die richtige Entscheidung treffen würde. Ich eines Tages werde ich König sein. Und das nicht nur für eine kurze Zeit. Mein Vater wird nicht mehr da sein und niemand weiß, wann dieser Tag kommen wird. Es könnte schon heute Nacht geschehen. Das Licht bewahre uns davor, dass es wirklich so kommt. Aber du weißt das. Und ich weiß es auch. Und meinem Vater ist es ebenso bewusst. Meine Bestimmung ist es, Sturmwind zu regieren. Dazu wurde ich geboren. Ich kann mich jedoch dieser Bestimmung nicht stellen, wenn ich wie ein kleines Kind behandelt werde. Jaina biss sich auf die Unterlippe und schlug die Hände vors Gesicht. Du hast ja recht, sagte sie schließlich ruhig. Du bist kein kleiner Junge mehr. Dein Vater und ich wünschten, dass du es noch wärst. Du hast schon so viel gesehen und so viel getan. Sie atmete tief durch. Du passt auf, dass du nicht gefangen genommen wirst, Anduin Wrin, erklärte sie nun mit einer Stimme, die hart und zornig klang. Anduin erschrak. Er kannte jedoch kurz darauf, dass sie nicht auf ihn wütend war, sondern weil es keine andere Lösung gab. Du hältst deinen Vater auf und sorgst dafür, dass sich das Risiko, dass du eingehst, lohnt. Verstanden? Anduin nickte stumm. Sie packte ihn am Arm und rückte ihn so fest, als würde sie ihn das letzte Mal umarmen. Vielleicht stimmte das ja auch. Es war ein letzter Gruß an den Jungen, der er gewesen war. Er widerte ihre Umarmung und spürte den kalten Hauch der Angst. Stärker als die Furcht war jedoch ein Gefühl der Stille und der Ruhe, das sich im Zentrum seines Wesens ausbreitete und ihm sagte, dass er das Richtige tat. Jaina tätschelte seine Wange. Tränen liefen ihr Gesicht hinab, als er sich zu einem Lächeln zwang. Möge das Licht mit dir sein, sagte sie, trat zurück und begangen ein Zauber zu wirken, der ein Portal erschuf. Das ist es, sagte Anduin. Ich weiß es. Er trat durch das Portal. Finsternis lag über der Stadt, als sie durch die Straßen schlichen, die zu dieser nächtlichen Stunde völlig leer waren. Sie gingen nach Norden in den verrauchten Zwergendistrikt, in Richtung der Tiefenbahn. Die Station lag völlig verlassen da und die Bahn war nirgendwo auszumachen. Alle paar Meter waren entlang der Gleise hell leuchtende Scheinwerfer angebracht, die der Sicherheit und dem Wohlbefinden der Fahrgäste dienten. Jetzt war die Bahn wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Varian hatte befohlen, alle Lichter im Bereich von Sturmwind zu löschen. Die 18 anderen Männer und Frauen, die nun auf das Gleisbrett sprangen und leichtfüßig und lautlos die Schienen entlang rannten, waren es gewohnt, sich in der Finsternis zu bewegen. Varian jedoch verursachte einige Geräusche und runzelte die Stirn. Er war das schwächste Glied in der Kette, da seine Ausbildung so ganz anders verlaufen war, als die seiner Mitstreiter. Obwohl er ebenso tödlich sein konnte wie sie, unterschied sich seine Art des Kämpfens deutlich von der ihrigen. Aus diesem Grund war er gern bereit, sich führen und belehren zu lassen. Alle 19 Kämpfer trugen Masken, um ihre Identität zu verbergen. Der Anführer dieses Teils der Mission war Orvin Gradoch, ein Zwerg mit dunkler Haut, schwarzem Haar und ebensolchem Bart. Matthias Short, der Kopf von SI-7, hatte ihn persönlich für diese Aufgabe ausgewählt. Obwohl die meisten Krieger bei diesem Einsatz Menschen waren, nahmen auch mehrere Zwerge und einige Gnome daran teil. Varian hatte darauf bestanden, sie mitzunehmen. Jeder geübte Meuchelmörder konnte diese Aufgabe übernehmen, aber Zwerge und Gnome zogen letztlich den größten Vorteil aus der Befreiung von Eisenschmiede. Gradoch hatte beinahe die gesamte Strecke des Bahntunnels ausgekundschaftet, sodass die Gruppe wusste, was ihr bevorstand. Die Glaswand, die das Wasser des Sees zurückhält, ist völlig in Ordnung, fuhr Gradoch fort. Eigentlich hatte ich erwartet, dass die Dunkeleisenzwerge sie zerstört haben, denn so könnte man die Tunnel fluten und Aktionen wie die unsere verhindern. Ich glaube, Meurer will die Bahn eventuell doch noch benutzen. Vielleicht, um Sturmwirt anzugreifen. Für uns ist das ein großer Glücksfall. Doch zurück zu dem Weg, der vor uns liegt. Ich habe einige Dunkeleisenzwerge hier herumstreichen sehen, und deshalb, er schaute auf und der Blick aus seinen ernsten, braunen Augen richtete sich auf Matthias und Varian. Hier beginnt die Schlacht. Rasch und leise bewegten sie sich vorwärts, bis sie den unterirdischen See erreichten, der sich hinter dem dicken Glas erstreckte. Varian widmete ihm nur einen flüchtigen Blick. Er war völlig auf die Mission konzentriert. Ein intensiver, widerlich süßer Geruch erreichte Varianns Nase. Pfeifentabak. Er lächelte unter seiner Maske, weil seine Feinde sich so leichtfertig verraten hatten. Sofort wurde er langsamer, ebenso wie seine Begleiter. Im gedämpften Licht sah er, wie Gredok seinen Leuten signalisierte, sich auf den Kampf vorzubereiten. Die Leute von SI-7 benutzten verschiedene Waffen. Dolche und Dornen, die mit Gift versehen waren, und Handschuhe mit speziellen Vorrichtungen. Varian zog seine Maske so weit herunter wie möglich, damit sie ihm nicht vom Kopf rutschte, und griff nach seinen beiden Kurzschwertern. Er hätte lieber das vertraute Charlemagne mitgenommen, doch das hätte seine Identität sofort preisgegeben, etwas, das er unbedingt vermeiden wollte. Ein weiteres Zeichen von Gredok und sie schlichen vorsichtig vorwärts. Selbst Varian bewegte sich nun vollkommen lautlos. Er lernte dazu. Nach wenigen Metern konnte er deutlich fünf Zwerge ausmachen, und sie saßen auf ihren Decken. Bierkrüge und die Überreste eines Mahls standen in der Nähe. Varian konnte es nicht glauben. Sie spielten seelenruhig Karten. Gredok hielt die Hand hoch und ließ sie dann einmal sinken. Zweimal, dreimal. Die Kämpfer sprangen auf. Varian war sich nicht sicher, wie sie miteinander kommunizierten, aber es schien, dass seine Begleiter sich wortlos verständigten. Auf jeden der Zwerge stürzte sich ein schwarz gekleideter Kämpfer. Die Gegner hatten nicht einmal mehr Zeit zu einem überraschten Warnruf. Varian stürmte vor, beide Schwerte erhoben und unterdrückte nur mit Mühe einen Kampfschrei. Doch die fünf Zwerge waren bereits tot. Einer hatte ein Messer im Auge, das Knick eines anderen war gebrochen. Das Gesicht des Dritten war als Reaktion auf ein schnell wirkendes Gift angeschwollen. Und Schaumk voll ihm aus dem Mund. Ein männlicher Gnomen namens Brink, glatzköpfig und für einen Vertreter seiner Rasse ausgesprochen gefährlich aussehend und eine Menschenfrau erhoben sich und reinigten geübt ihre Waffen. Sie näherten sich Eisenschmiede.